Henri de Lonne war ein französischer Fußballer und Generalsekretär der UEFA. Nach ihm wurde die Coupe Henri de Lonne die Trophäe für den jeweiligen Sieger der Fußball-Europameisterschaft benannt. Bereits im Jahre 1927 hatte er die Idee zu einer Europameisterschaft für Nationalmannschaften, was jedoch von der FIFA abgelehnt wurde. Damals war er bereits der Generalsekretär des französischen Verbandes. Von 1954 bis zu seinem Tod war de Lonne Generalsekretär der UEFA. Erst 1957 nach seinem Tod konkretisierten sich die Pläne für eine Europameisterschaft, die dann von 1958 bis 1960 erstmals ausgetragen wurde. Sein Sohn Pierre de Lonne, von 1956 bis 1959 sein Nachfolger im Amt des UEFA Generalsekretärs, hatte an der Realisierung dieses Projekts nach seines Vaters Tod mit Erfolg weitergearbeitet.